Freunde des Biergenusses aufgepasst! Die urige Gasthausbrauerei König von Flandern in Augsburg hat viel zu bieten. Hier geht das handwerklich gebraute Bier mit den dargebotenen bayerischen Schmankern eine Allianz des Hochgenusses ein. Die Küche des Traditionshauses glänzt mit delikaten Spezialitäten. Klassische Schweinshaxen, Wammerl, Steaks und Allgäuer Kässpätzle sind nur ein kleiner Auszug aus der unglaublich umfangreichen Speisekarte. Formidable Süßspeisen wie etwa der selbstgemachte Kaiserschmarrn runden das feudale Mahl ab. Der Höhepunkt eines Besuches im König von Flandern ist aber mit Sicherheit der erste Schluck vom selbstgebrauten Bier, das die Wirtsleut mit jahrzehntelanger Brauerfahrung für sie kreieren. In vier verschiedenen Grundsorten und bis zu zehn Sondersorten pro Jahr fließt das edle Gebräu aus dem Zapfhahn. Sie werden es lieben! Gasthausbrauerei König von Flandern. Augsburger Preis-Leistungskönig.